Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute gibt es die andere Variante und zwar wie man in Java, also ihr habt Java Code und ihr wollt aber in Kotlin eure Applikation erweitern, das ist glaube ich der häufigste Anwendungsfall überhaupt und wollt natürlich dann diesen Kotlin Code erstmal in Java reinpacken. Das heißt ihr wollt einzelne Klassen vielleicht umschreiben, neue Features in Kotlin entwickeln und die dann eben in Java verwenden und auch das ist super 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 einfach, überhaupt kein Problem. Ich habe dazu einfach mal eine neue Datei erstellt in Java, main.java heißt diese Datei und die soll jetzt eben hier einfach meinen Kotlin Code aufrufen, den ich noch nicht geschrieben habe, machen wir auch gleich. Genau und ja hier haben wir jetzt erstmal eine Class main und hier drin natürlich unsere public static void main. Ich probiere es mal, ob das funktioniert. Das funktioniert wunderbar, ich wusste auch diese IDE, auf die kann man sich verlassen. So und hier wollen wir einfach nur ein system.out.println und hier wollen wir jetzt den Kotlin Code reinpacken. So, zunächst einmal zur Demonstration, dass wir hier auch ein funktionierendes Java-Dings haben und ich euch nicht gerade verarschubst, ich will es eigentlich nicht debuggen, dass wir hier auch funktionierenden Java Code haben. Ja hier steht Hallo Welt, wundervoll, aber das wollen wir natürlich ersetzen. Jetzt soll dieses Hallo Welt in einer Funktion von Kotlin definiert werden. Und das können wir super einfach machen. Wie gesagt, das ist im Endeffekt sind Funktionen in Kotlin einfach statische Funktionen in Java. Okay, das heißt, wenn ihr hier schreibt func my func, dann ist das eine statische Funktion in Java für euch im Endeffekt. Und ihr könnt hier einfach einen String zurückgeben und einfach hier dann return Hallo meine schöne neue Welt. So, weil wir einfach jetzt moderner geworden sind. So und was wir jetzt hier drin machen, ist einfach super easy. Ihr schreibt einfach KotKT, okay. KotKT, sage ich euch sofort, wo der Name herkommt. K-O-T ist der Name von meiner Datei und KT ist die Änderung. Äh, die Ändung. Das heißt, KotKT ist der Name plus die Endung meiner Datei. Nur, dass der Name immer mit Großbuchstaben anfängt in Java und die Endung auch nochmal mit den Großbuchstaben anfängt und der Punkt natürlich wegfällt. So, und wenn ich das habe, KotKT Punkt, dann kann ich schon hier direkt sehen, auf was ich zugreifen kann. Nämlich auf my func. Und my func ist natürlich genau meine Funktion, auf die ich zugreifen möchte und die natürlich dann auch Hallo meine schöne neue Welt ausgibt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss. Eine schöne Änderung kann man auch noch anbringen, nämlich falls einem der Name KotKT nicht unbedingt gut gefällt, kann man auch hier einfach sagen, ganz ganz oben quasi, kann man hergehen und sagen, add file, also man möchte die Datei umbenennen, in jvm name und dann hier einfach euren Namen reinschreiben. Das heißt, wir können diese Datei einfach, äh, die Kotlin Datei nennen, okay. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir sagen nicht mehr KotKT, das funktioniert jetzt nicht mehr, sondern die Kotlin Datei Punkt my func. Überhaupt kein Problem. Ja, und das ist es eigentlich auch schon, ähm, damit solltet ihr kein Problem mehr haben, euren Java Code einfach zu erweitern in Kotlin und andersrum eben auch nicht. Je nachdem, wie ihr euer Projekt angefangen habt, wahrscheinlich in Java, dann wollt ihr wahrscheinlich euren Java Code erstmal in Kotlin erweitern und irgendwann dann den Schritt wagen und das Ganze in Kotlin umstellen. Gut, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.